Hallo zusammen, das hier ist nur ein kleines Video, weil ich einen Kommentar bekommen habe, den ich nicht unbedingt in den Kommentaren beantworten konnte und oder wollte und weil ich das Statement mal ganz allgemein rausgeben wollte. Kurz vorweg für die von euch, die nicht wissen, was ein Loli ist. Loli ist allgemein die Bezeichnung, die für kleine Mädchen in Animes und Mangas benutzt wird. Das Problem dabei ist der Ursprung des Wortes. Das Wort Loli bezieht sich auf den Roman Lolita, in dem ein erwachsener Mann Sex mit kleinen Mädchen haben will. Und das Problem haben leider viele der Lolis in Anime. Vorweg sei gesagt, dass Alter in Anime und Manga eine Illusion ist. Joseph Joestar sieht aus wie ein 30-jähriges Unterwäschemodel, ist aber gerade mal 18. Und Rory Mercury sieht aus, als würde sie noch zur Schule gehen, ist aber weit über 900 Jahre alt. Der Trope nennt sich die tausendjährige Loli und ist eine Entschuldigung dafür, so ein Shit hier zu machen. Das hier ist etwas, was ich als Edgy Loli bezeichnen möchte. Also eine Praxis, bei der Charaktere, die aussehen wie kleine Mädchen, in irgendwelche Fanservice- oder sexuellen Positionen gebracht werden. Auf einem persönlichen Level ist das einfach nicht mein Fall. Ich finde das eher abstoßend als alles andere. Und auf einem Meta-Level ist das wahrscheinlich auf dem einen Ende eine Entschuldigung für Pädophile ihre Kings auszuleben. Und auf dem anderen Ende normalisiert ist die Sexualisierung von Kindern. Also bin ich auch dementsprechend da kein Fan von. Auf dem positiven Ende gibt es etwas, das ich als Moiloli bezeichnen möchte. Charaktere, die aussehen wie kleine Kinder, sich benehmen wie kleine Kinder und genau das Level an Sex-Appeal haben, das sie haben sollten. Null.